Ich weiß immer nicht, was die Sachen da unten sollen. Bewegen Sie den Controller schnell in die Anzeigerichtung. Babymeister! Jawohl, das bin ich! Ich sehe ja richtig viele Trophäen hier noch mit euch. Die hatte ich alle noch gar nicht. Ach, die Werkstatt. Joes Werkstatt oder so. City Garage. Ah, da kniet einer. Oder liegt einer unter dem Auto. Vielmehr. Hallo? Ich muss immer an den Schacht denken. Sean wirkte erschöpft. Aber wenigstens ist er am Leben. Ich tue alles um... Entschuldigen Sie? Das blinkt nur ab und zu auf, deswegen habe ich jetzt... Hey! Oh! Ah! Sorry! War beschäftigt. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, habe ich gesehen, dass du beschäftigt warst. Ähm, das hier. Ich möchte... Ich möchte... Mein Auto... Hey, Sie haben vielleicht eine Geduld. Das Auto ist seit zwei Jahren hier. Sind jeden Monat mal gefahren, haben Reifen und Batterie gecheckt. Genau, wie Sie es gesagt haben. Was? Drittes Tiefgeschoss. Den Fahrstuhl finden Sie am Ende der Werkstatt. Wo ist er denn? Ach, da. Danke. Ah, einen schönen Tag noch, Meister. Danke. Wo muss ich hin? Geht's hier hinten auch woher? Elevator. Das heißt doch Fahrstuhl, ne? Jo. Darf ich hier rein oder ist das ein Güterfrachtaufzug? Oh, ich kann das bestimmt anklicken, das Auto. Da hinten. Das sieht auch mal nicht schlecht aus hier, oder? Ah, scheint eine Beute zu haben da vorne. So, was haben wir denn für eins? Uh. Was ist das? Mazda? MX-5 oder so? Ah, ne. Was war das? Gecheckt, ob da Sitze in Ordnung ist, oder was? Komm, geh mal in das Handschuhfach, warum geht das nicht? So, jetzt. Klemmt? Verdächtig, wenn's klemmt. Oh, jetzt hat er was gefunden. Navigationsgerät von TomTom. Ihr Ziel liegt vier Meilen entfernt. Hinter dem Parkplatz die erste rechts abbiegen. Aha. Nightmiler. Hallo, ich drück doch schon. Hallo? Jetzt. Mein Gott, was ist denn das jetzt hier heute? Leckt das jetzt schon beim normalen Nicht-Online-Spiel? Geile Felgen. Ja, das Auto gefällt mir. An der nächsten Kreuzung links abbiegen. Was für eine Ausfahrt? Ich bin doch nicht auf der Autobahn. Was ist denn da? Muss ich jetzt fahren? Ich kann nämlich nicht fahren. Sie haben ihr Ziel erreicht. Haben Sie genug Mut, Ihren Sohn zu retten? Hören Sie genau zu. Fahren Sie auf dem Highway fünf Meilen gegen die Fortrichtung. Wenn Sie in fünf Minuten das Ziel nicht erreicht haben, haben Sie versagt. Nein. Oh mein Gott. Ich schaffe das. Ich tue alles, um meinen Sohn zu retten. Ich will nicht sterben. Nicht hier. Nicht so. Ja, wenn du stirbst, hast du auch nichts gekonnt. Wenn ich es schaffe, habe ich mehr Buchstaben für das Rätsel. Meine einzige Spur. Es gibt kein Zurück. Oh Gott, und mit mir als Fahrerin? Oh. Scheiße. Ich muss es tun für Sean. Ich habe keine Wahl. Ne. Nicht wirklich. Ganz nach mehreren Angulis suchen. Auf. Los geht's los. Los. Scheiße, was will ich drücken. Fuck, 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 ey. Los. Mann, 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 Mann. Fuck, ey, scheiße. Nein. Ah, 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 ah. Und es ist auch noch was und ich habe keinen Abfahrplan in ihr. Was? Wie viel Welt hat... Was ist denn das? Oh. Oh, Mann, Mann. Muss da jemand in Paner haben. Ja, scheiße Kreis. Geh doch weg, Mann. Warum steht ihr hier auf der scheiß Piste rum? In drei Meilen haben sie ihr Ziel erreicht. Ja. Oh. Oh, Mann, ey. Angst. In zwei Meilen haben sie ihr Ziel erreicht. Was sind Meilen, verdammte Scheiße? Das wollte ich schon immer mal wissen. Oh, oh. Was geht denn mit 30? Schauen aus dem Weg, verdammt aus dem Weg. Los. Was ist denn mit einer Bremse oder so? Autgebühren bezahlen, bitte. Oh, scheiße, Police. Na, toll. Sind wir bei GTA hier oder was? Oh, nee. Ich muss mein Kind retten. Oh, scheiße. Das schöne Auto, ne? Nur weil ich nicht fahren kann, ist das jetzt schon verbeult. Was ist denn der dabei? Gehst du, äh, äh, schon fahren? Ah, fuck, LKWs. Oh, mein Gott. Scheiße. Oh, fuck. Mann, ey, ich versemmel das voll. Bin ich jetzt tot? Es brennt, wie bei Alarm für Kobreyev. Geht's aber raus. Lebst du noch? Bitte drücken Sie das Display. Ziel erreicht. Bitte drücken Sie das Display. Ziel erreicht. Bitte drücken Sie das Display. Wo ist es denn? Ziel erreicht. L1. Bitte drücken Sie das Display. Ihre Belohnung ist im Handschuhfach. Der Schlüssel ist im GPS. Ja, das habe ich aber gerade nicht aufgekriegt. Ihre Belohnung ist im Handschuhfach. Der Schlüssel ist im GPS. Ja. Ihre Belohnung ist im Handschuhfach. Ey, warum geht das denn nicht heute? Ihre Belohnung ist im Handschuhfach. Der Schlüssel ist im GPS. Mann, nee. Ich verliere schon mein Headset hier vor, lauter. Umgeschüttelt. Komm, mach schnell. Gleich verkohlst du mal, Alter. Ja. Scheiße, schnall dich mal ab. Jetzt wieder fest. Hä? So. Jetzt aber ab. Ab die Galoppi. Zu. Scheiße, Mann. Tritt ein. Geh da hinten raus. Tritt da ein. Tritt da ein. Jetzt muss das noch schön explodieren. Damit es wirklich hier RTL reibt. Alarmflug vorbei. Komm, mach Piss. Ich wundere mich, dass noch keine Polizei kam, so lange wie ich jetzt gebraucht habe. Ich hätte mich ja erst verpisst und das zu Hause angeguckt, aber naja. Och Mann. Die armen Kinder immer, ey. Vier Buchstaben habe ich geprägt. Also eine Zahl war da, glaube ich, auch bei, ne? So, jetzt. Bam. Mir hat man mal gesagt, Autos können gar nicht explodieren. Hm. Ja. Aber ich kann mir das schon vorstellen. Irgendwie so Benzin, irgendwie mit dem heißen Motor oder irgendwie so. Ah, Benzin ist da hinten. Ich habe keine Ahnung von Autos.